Hallo Leute, ich habe was Neues am Start. Ich weiß nicht, sieht man es? Es schneit sogar. Dazu passend einen neuen Christbaumständer. Beim Kürbisch-Schnitzen auf dem Erlebnisbauernhof gewonnen. War gar nicht so schwierig. Irgendwie gab es da maximal zehn Teilnehmer und fünf Dinger haben die verlost. Ich habe glücklicherweise einen abgekriegt. Lag wohl schon im Regen, ist ein bisschen aufgeweicht, das Ganze. Oh, hallo, Pepper. Ich packe den mal aus. Aha, das ist hier drin. Easy-Fix Ersatzbohrer. Das gibt es ja gar nicht. Guck mal, dieser schöne Bohrer ist dabei. Kommen wir gleich noch drauf. Ist ja verrückt. Kann ich mich quasi selbstständig machen als Easy-Fix-Tamm-Baum-Bohrer. So, wir haben uns für Rot entschieden. Wir konnten uns da glücklicherweise was aussuchen. Rot oder Grün. Wir haben Rot genommen. Ja, dementsprechend braucht man dazu quasi den passenden Weihnachtsbaum. Der wird einfach nur gebohrt von unten hier. Gehen wir gleich noch gucken. In den Stamm rein. Wird mit so einer Maschine, ich blende die mal ein, ein konisches Loch gebohrt. Wie man sieht, nicht komisch, sondern konisch, läuft das Ding nach oben spitz zu. Das heißt, mit einem normalen Bohrer ist das schwierig zu machen. Der wird dann hinterher wackeln, wenn er da drauf gesteckt wird. Und tatsächlich ist hier so ein konischer Bohrer mit dabei. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht immer jedes Jahr einen Baum kaufen, die so eine Maschine haben. Sondern ich könnte das jetzt selber meine Bäume damit bohren. Haha, super, das ist ja lustig. In der Maschine wird das Ding natürlich super gerade ausgerichtet und zentriert. Ich muss das dann wohl hier mit dem Akkuschrauber machen. Naja, mal gucken. So, wir gehen mal kurz zum Baum. Ja, los geht's. Hier liegt mein Altersständer noch um. Und hier ist unser neuer Baum. So, genau, da ist das konische Loch durch diese Maschine vorgebohrt. Kann ich ab jetzt mit dem neuen Bohrer selber machen. Ja, noch eingepackt. Ich stecke da mal den Ständer draus. Fix eine Schiene geholt. Einmal hier das Netz unten weg. So, er mit dem neuen Ständer. So, ja, sieht man es. Wie gesagt, das Ding hier ist konisch und hat so eine Art, ja, ist kein richtiges Gewinde. Ja, so eine Spirale. Trotzdem wird das Ding hier einmal... Ach, ein paar Klebesterne. Toll, kann man hier verzieren, das Ding. Na ja. So, steht hier unten auch drauf. Wenn man nicht zu blöd ist. So, der... Ne, super. Ah, geht schwer. Sitzfest. So. So, was steht da drauf? Gucken wir mal. Ja. Open so rum, close so rum. Ist klar. Normales Gewinde. Rechtsrum fest, linksrum locker. Ja, Sitzpass wackelt unters Luft. Vorteil soll wohl auch sein, wenn der Baum unten angebohrt ist, bleibt er länger. Ja, nadelt er nicht so schnell, weil er halt da besser durch das Loch Wasser ziehen kann. Wenn man nicht vergisst, das aufzufüllen. So, wir stellen den mal hin. Ja, ich sag mal, steht wie eine Eins. Tatsächlich Kerzengerade, gut vorgebohrt. Wie gesagt, die Maschine, mit der die das gemacht haben, zentriert das auch automatisch. Jetzt gucken wir noch mal, was alles dabei war, was ich noch gefunden habe. Und zwar einmal hier so Düngezeug für das Wasser. Hier ist runtergefallen. Eben habe ich nicht gesehen. Hier steht es drauf. Einmal zum Starten. Tag eins. Einmal beim Nachfüllen. Tag fünf macht man das dazu. Dann war dabei hier so ein Aufkleberset. Ja, weiß ich nicht, ob ich den Ständer damit verschandeln. Mal gucken. Und wie gesagt, hier so ein Bohrer. Ja, zum Nachbohren oder wenn man einen anderen Baum sich besorgt. Allerdings, ich habe jetzt noch mit dem Zeugstock nachgemessen, nicht mit dem Messschieber. Den habe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht gefunden. Hat das Ding hier ungefähr 16 Millimeter im Durchmesser. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber für habe, der da reinpasst. Naja, ich habe das Ding erstmal. Vielleicht mache ich mich selbstständig als Bohrer und kaufe mir noch so eine Maschine. Haha. Nein, Spaß. Ja, ich werde das ganze Ding mal in die Wohnung stellen. Und heutzutage wird ja alle schon früher geschmückt. Wenn das heute noch passieren, sollte, dann stelle ich noch ein schönes Bild von unserem Baum rein. Bis gleich. So, inzwischen ist der Baum fertig geschmückt. Dank den Kids und meiner Frau. Ich kann es nicht beim Foto belassen. Ich muss nochmal ein Fazit abgeben. Ja, die Frage ist, welchen Ständer würdet ihr euch in die Wohnung stellen? Ich glaube, die Wahl fällt da nicht schwer. Jetzt ärgert man sich quasi, warum man jahrelang so ein altes, grünes, hässliches Ding in der Wohnung stehen hatte. Also ich meine den Ständer, nicht den Baum. Und sich nicht gleich so einen schönen gekauft hat. Wie gesagt, wir hatten die Auswahl zwischen Rot und Grün. Den gibt es ja noch in Betonoptik, Holzoptik, Hammerschlag und so weiter. Der neue ist auch ganz praktisch. Der ist hier halt richtig weit offen. Den kann man vernünftig gießen. Man sieht, wie viel Wasser noch drin ist. Passt ordentlich Wasser rein. Im Gegensatz hier zu diesem alten Ständer, wo man oben kaum Wasser reinkriegt. Ich weiß, wie viel drin ist. Das Ding sowieso sechsmal eingespannt wird, bis er gerade steht. Wir freuen uns richtig, dass wir das Ding gewonnen haben und der Baum jetzt quasi schon steht. Umso länger kann ich mir das Ding angucken. Ich gucke da immer gerne hin. Der alte Ständer hat ausgesorgt, kommt weg. Ja, wenn wir uns nicht mehr sehen, euch schon mal eine schöne Vorwahrnachtszeit und ein frohes Fest. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns natürlich noch mal. Lasst gerne ein Abo, ein Like, Kommentare da, wenn euch das gefallen hat. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.